Herzlich Willkommen zum Nikolaus Spilama Gewinnspiel zur Auslosung. Wir haben hier unsere Teilnehmer, die sich Gemühe gemacht haben, da ein paar Beiträge im Wochenende zu verfassen. Danke dafür schon mal. Wir werden das so machen, ich habe hier die Namenskärtchen, dann habe ich hier einen Würfelbecher und drei normale W6-Würfel. Ich würfel immer auf eine der Kärtchen drauf und am Ende zieht der, der die höchste Summe hat. Die anderen scheiden so nach und nach aus und genau, wenn es unentschieden ist, dann gibt es nochmal ein Stechen, wird halt nochmal ein Stechen ausgewürfelt. Ja und dann steht der Sieger im Endeffekt ziemlich schnell fest. Also wir beginnen mal hier mit dem Andi. Oh, das ist schon mal gut. Elf. Dann Reki. Oh, leider nur zehn. Du bist leider schon ausgeschieden. Ich nehme an, das spricht man französisch aus. Uiuiui, das ist gut. 14. Okay. Somit bleibst du im Spiel. Andi schaltet aus. Fuller. Oh, das war leider auch nichts. Schade. So, ein Heckman. Oh, auch 14. Hier bahnt sich ein Stechen an. 3 Dreier sind nur neun. Hobbit scheidet leider auch aus. Und Woody hat zwölf. So, jetzt kommt es zur spannenden Entscheidung. Heckman oder L'Orient. Jetzt dürfen wir mal nur mit einem. Oh, nur die Eins. Und die Drei. L'Orient gewinnt. Ja, das hier ist dein Preis. Vielen Dank an Abacus-Spiele. Du bekommst ein Solo-Renno-Mini. Danke fürs Mitmachen. Für all die, die sich die Mühe gemacht haben, da gute Beiträge zu verfassen, Rezensionen zu verfassen. Herzlichen Dank da dafür. Und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Gewinnspiel. Bis dahin, viel Spaß weiterhin im Forum und mit unserer Seite. Man sieht sich. Wie geht's? Ciao. Montere Kotze Schuchze Trauen. Sax.